Ja, guten Morgen und Willkommen zu Team 2 Kampf um Rakis War das die Mission, der ich bin? Ich habe natürlich sehr gut aufgepasst Das sieht doch aber schon mal richtig aus Doris, warte ich mir, wo ich stehen geblieben bin So, ich hoffe, das funktioniert anders Auch im Stream Weil, ähm Wie soll ich sagen Gestern hat sich das Programm schon mal gedacht Das Stream bedacht, ich mache jetzt mal Feierabend Und dann hatte ich 0kb Upload und Ich glaube, ich habe dann irgendwie eine halbe Stunde Weiter gestreamt Ähm Bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr streame War die Cent ungeil, ähm War dezent ungeil 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 Ja, wieso ist das denn? Achso, das sind Verstärkungseinheiten, die jetzt theoretisch gar nicht landen können, weil ich voll bin mit Einheiten. Merkwürdige Sache, sag ich mal. Ja, wieso ist das Ding so kaputt? Ja, ich glaube, der landet da heute nicht mehr. Ich glaube, der landet da nicht mehr. So, ich muss jetzt nochmal angreifen. Oh, er hat es doch noch geschafft, da zu landen. Jetzt habe ich mehr als maximal mögliche Truppen. Ich finde es schön, wie sie einfach den letzten Befehl weiter ausführen, wenn sie einmal übernommen waren. Das ist... Der Fino... Der Fino-Einheit zerstört? Okay. Jawohl. Jawohl. So, noch war er zerstört. Jetzt fährt sie... Ich weiß nicht, wohin sie ihn fährt. Jawohl. Ich bin mir nicht ganz... Moment mal. Jawohl. Oh Gott, nee, was mit dem Deviator. Ja, dann nehme ich doch gerne noch einen von. Jawohl. 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 Jetzt muss ich aber langsam mal angreifen, ich habe jetzt überhaupt nicht so wirklich was zu tun, habe ich das Gefühl Deswegen ziehen wir jetzt mal so ein bisschen was hier ab Die Diskussion können wir mal, wo bin ich denn da ein? Achso, das sind wahrscheinlich die übernommenen Einheiten vielleicht Ich bin wirklich sicher, so Ich habe schon kein Geld mehr, ich hasse es Wie macht ihr Spaß? Super, das ist ein typisch deutsches Wort Ja Wir müssen sagen, hier werden nicht deutsche Wörter in der deutschen Übersetzung benutzt Willst du das andeuten? Willst du andeuten, dieses Spiel ist nicht perfekt übersetzt worden damals 1992 Die Zeit, die 90er, wo bekannt dafür waren, dass man Spiele sehr gut übersetzt hat ins deutsche Ach weißt du was, die nehme ich auch noch mit Den anderen da oben könnte ich dann theoretisch später noch Mal gucken Niemand außer dem AMX, ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, aber niemand hat hier Spaß Niemand Spaß ist, ich sollte das Wort Spaß mal auf die Bannliste setzen Genau wie Java C wollte ich auf die Bannliste setzen, da ist mir eingefallen, das ist vielleicht nicht so die gute Idee Ist mir dann so eingefallen Gut, greifen wir mal an Soll ich einen Deviator mitnehmen? Geht es um aufhören, so scheiße auf dem Sand zu stehen, wo ich der Sandwurm frisst Ist gar kein Sandwurm da, aber Was macht Peter überhaupt hier, ist doch gar kein IO4 Hallo Darf Peter überhaupt Streams gucken, die nicht Paradox und Active Spiele sind? Ich glaube, das ist so nicht erlaubt Wenn dich damalige Behörden dabei wischen So, wo gehe ich rein, wo gehe ich rum Ähm, wirst du beschossen? Ich glaube, du wirst schon beschossen Hier hat kein Niemand hat hier Spaß Wir sind hier in Deutschland, hier ist Spaß verboten Wenn du Spaß haben willst, marschier erstmal ins Ausland ein Ich muss mal das fette Teil hier loswerden Ich muss mal das fette Teil hier loswerden Ja, das ist also ein Kreuz mit diesen Einheiten Ja Jawoll 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 Ja was ist das denn? Baumgob charme Das ist eine kleine Fabrik Ich muss meistens bei deren Baugebäude zerstören Bevor die elendigen Cheater wieder Feindliche Einheit kann mich gerade mal am Arsch lecken Hier machen wir was Sinnvolles und bauen Panzer Wieso stehst du da dumm rum? Geh ernten KI ist ein ganz schlechter Ich glaube das lade ich gleich wieder So viel Lustig wie ich jetzt gerade habe Ich bin noch nicht mal Ah hier ist es nicht mal Wo ist denn der scheiß Bauhof? Ah fuck Wo ist der? Super ich habe noch nicht mehr den Kack Bauhof gefunden Und ja Nein Moment das da angreift Bauanlage Ach das Ganze da unten ist Was denn extremistische Tendenzen? Was? Was? Hast du wieder Mods in Herz auf allen vier getestet? Sollst du doch nicht machen Sollst du doch nicht machen Peter spielt immer in Heu 4 so Mods wie Endlöser oder so Die heißen alle so Das sind sehr spezielle Mods Die nicht im Steam Workshop zu finden sind Die spielt Peter immer Ach gut versuchen wir es nochmal Dieses Mal zuerst auf die Bauanlage Also Wenn nach Zerstörung aller Einheiten noch genügend übrig ist Jawohl 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 Die kraftwerke zuerstören beeindruckt die halt gar nicht Und können die mal aufhören so weit schießen zu können Die kraftwerke zuerstören ist halt echt komplett sinnvoll Das macht man halt nur weil man es muss Und nicht weil es was bringt Jawohl 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 Egal ich habe schon mehr Ich hoffe nicht ihr eigen einziges Ja Dritis haben wir bestimmt noch im Bau Ding Aber Jawohl Der interessiert mich hier nicht Gerade Wir machen eine Basis nach der anderen Platte Also machen wir nicht weil Wenn man falsches Stream schaut Oder so Ich muss gleich mal den Chat lesen Aber das ist Das ist ein bisschen schwierig hier gleich den Chat zu lesen Weil du kannst halt weder Pause machen Noch kannst du halt irgendwie Einheiten vernünftig steuern Dieses Spiel nicht vorgesehen Doch man kann Pause machen Man kann die Optionen aufmachen Das ist völlig richtig Der Fug Kommt jetzt alle her Mal ernsthaft wo kommen die alle her Und was Kommt jetzt alle her Kann eben dieses Dutzend an Leuten hier Ich glaube es hackt so ein bisschen bei euch Jungs Erstmal speichern Und dann mal kurz den Chat lesen So was wochen wir jetzt geblockt War jetzt Spaß Ja Könnte ich gar mal testen Ich habe morgen Übungen die sehr viel Spaß haben Zeit noch am besten Wegmalzeiten War schon schon rum für die Produktion Ja Geblockt aber dann steige ich es einfach anders Hörst du auf die Sachen auf meine Blockliste zu setzen? Ja das passiert aber wieder Finium Mod Gut Kommt nichts g'scheites bei raus Ich fühl mich da völlig nutzlos Ich fühl mich da völlig nutzlos Jawohl feindliche Einheit nähert sich Jawohl Oh 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 perfekt die kleine Fabrik ist auch tot Ignoriert mal den fetten Panzer Die kriegt ihr eh nicht mehr tot Ja aber der kriegt euch tot So wenn sie nix neues bauen dann Machen wir die große Fabrik kaputt Schaffst du zwar nicht aber Oh hey man darf ja noch träumen Jawohl 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 Wo ist der Wurm? Wieso stehst du auf dem Sand? Hat der Wurm gerade eine meiner Einheiten gefressen? Sammler 1? Ne Wo ist der Wurm? Ach, da ist der Wurm Ne Guck dir dieser Kackwurm schon wieder Ach, du bist gar keiner von meinen Deswegen standest du da so auf dem Sand rum Nein, die haben meine Fabrik gekillt, die Wichser Ach, das gibt's doch nicht Ach, das gibt's doch schon wieder nicht Ach, haben sie wirklich noch geschafft, meine Fabrik zu killen Ach, nee Legt mich doch Ist das wieder Koste, die zu erneuern? Bauen die Wichser nichts Neues, okay Ähm Irgendwie getan ist auf die Tür Ja Fino macht nur kaputt Nur kaputt machen kann der Mensch Jetzt kommen wir noch die Saduka Nicht, dass die irgendeine Leistungsfähigkeit hätten, aber Ja, geil Wieso haben die es geschafft, meine Fabrik zu killen? Wieso brauche ich keine neue, ist die Frage Wieso referiere ich das da nicht erstmal? Ja, geh angreifen Ja, jetzt kommt natürlich auch noch ein Großangriff oder was Jetzt muss ich die Scheiße auch noch verbessern wieder Was das wieder alles kostet Jawohl Jawohl, in Ordnung So können wir jetzt vielleicht nicht wieder Alles servieren Können wir mal schneller sammeln Jawohl Komm schon, ich brauche mal Kohlen Jawohl Oh mein Der Panzer, der müsste noch da runterfahren, oder? Das ist schon wieder so ein Ding Ich hasse diese Dinge Die treffen zwar nix, aber sie machen ohne Ende Schaden Jawohl 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 Ach, komm schon Jetzt soll ich das nächste Mal etwas weiter hinten hinbauen Ja komm, schießt halt da drauf Ich liebe es, die Reaktionsgeschwindigkeit Also, das sind Feinde Lass mal zugucken, was die jetzt machen Ja, ich weiß auch nicht, was die gleiche ist Die heute hat Aber was heißt richtig angreifen Die Tränen Troopers Das sind halt zwei Basen, ne? Ah Endlich hat man drauf geschossen Ah ne, der da schießt noch drauf Der hat schon da umgedreht Vielleicht, weil es ein Akon-Gebäude ist Deswegen Die Viatoren sind auch nur so mäßig geil Jawohl 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 Mein klar, dass ich die Einheiten übernehme, ist cool, aber Jawohl So ein bisschen Treffen wäre schon geil Jawohl Jawohl In Ordnung Ä In Ordnung Ach, jetzt ist es doch nicht wahr Schon wieder Jawohl Nein 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 Ja, gleich einen neuen bauen Hier geht bei den Einten Schnell Die Reaktion von der Kälte Jawohl Ist einfach nicht vorhanden Ist der Wahnsinn Warum greift er nicht heute zu hart an, sag mal Kaum hat er ihren Dings zerstört Ihren Baugebäude greifen sie ohne Ende an Ich habe auch noch ihre schwere Fabrik zerstört Wo nehmen die dann noch Panzer her? Sind die wieder abgesetzt? Oh ne, jetzt kommen noch Infanterie, alles gut Jawohl In Ordnung Jawohl Ja, bist du Du bist grün Ich sag mir jetzt halt nix Warst du mal blau oder rot? Du warst mal blau, ne? Greif mal rot an Ich glaube, wenn man ihre eigenen Sachen mit ihren eigenen Einheiten angreift, dann bricht das ab Komm schon, ich brauch Kohlen Diese Fabrik hat halt ohne Ende gekostet schon wieder Die Sammler sind ja immer zu langsam Ja, ihr wart rot, ne?